Sie wollen, dass darüber geredet wird, dass ihr Schicksal öffentlich ihr Leid nicht vergessen wird. Heimkinder, die bis in die 90er Jahre in der DDR und später im Vereinten Deutschland sexuell missbraucht wurden. Die Opfer sind heute erst Anfang 40, aber dennoch sind die Taten bereits verjährt. Wenke Glomp ist an den Ort zurückgekehrt, der ihr Leben für immer geprägt hat. Die Heimleitung hat uns das immer so gesagt, dass der Millionär kommt, euch abholt, holt euch schöne Sachen, fährt mit zum Hotel nach Kleiner Benz. Ich kannte ihn nicht, nur vom Hören sagen. Das erste Mal, da hat er mich dann nachmittags abgeholt und da ist so weiter auch das erste Mal nichts passiert. Da saß ich dann nur unten in dem Gastro-Bereich und hab ein bisschen Klavier gespielt und zum Abendbrot dann später hat er mich dann wieder zurück zum Heim gebracht. Anfang der 90er Jahre. Ein Kinderheim mitten in Mecklenburg, hier dokumentiert vom NDR. Ein paar Jahre nachdem Wenke Glomp hier gelebt hat. Sie fühlte sich wohl in dem Heim. Zu Hause waren die Probleme mit ihrer Mutter einfach zu groß. Doch eines Tages kommt dieser Mann. Bei den Mädchen heißt er nur der Millionär. Er fährt dem Mercedes vor und holt Mädchen aus dem Heim, angeblich, um mit ihnen einzukaufen. Doch für die 14-jährige Wenke und andere Mädchen endet die Fahrt hier. Ein ehemaliges FDGB-Ferienheim, nicht weit vom Kinderheim. Gerd M., der Millionär, hat es nach dem Mauerfall gepachtet. Im Ort hatte er mit seinem Geld geprahlt und mit neuen Plänen für das Ferienheim. Darüber, dass er immer wieder mit Wenke und anderen Mädchen hierher kam, hat er nicht gesprochen. Wenke Glomp schafft die Rückkehr hierher nur mit eiserner Selbstbeherrschung. Ich glaube, wir kommen jetzt in den Gastro-Bereich, wo wir Kinder uns aufgehalten haben. Hier ist die Theke, wo ich mich dann immer hingesetzt habe. Oder andere Mädchen, wo wir dann unsere Getränke bekommen haben, die immer komisch gerochen haben. Wo wir uns danach dann auch sehr, ja, wie betäubt, müde, schwach gefühlt haben. Auf diesen Stühlen haben wir gesessen, ja. Natürlich haben wir Angst gehabt, wer jetzt wieder dran ist, weil es ja regelmäßig war, wen er jetzt mitnimmt und Fotos macht. Die Lampe ist auch noch da. Oh nee, immer angelassen über Nacht. Jetzt suche ich noch das Zimmer von dem Millionär. Hier hat der besagte Mann mit uns Fotos gemacht und mich, ja, missbraucht. In dem Sinne, dass er dann auch seine Hände in mir eingeführt hat und auch Fotos gemacht hat. Und er war auch deutlich erregt, als er das mit mir gemacht hat. Das ist alles so unwahr, weil man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was da alles passiert ist und vor allem wie alt wir auch gewesen sind. Wir waren ja alles noch Kinder. Und wenn man hier steht, dann hat man das natürlich wieder vor Augen, was man jahrelang versteckt hat, in Schubläden gepackt hat. Ja, und vor allem auch geschluckt hat, die ganzen Jahre. Das wurde alles immer mit der Heimleitung besprochen. Ich habe ihr das gesagt, was er mit uns oder beziehungsweise einen Nebenabend mit mir gemacht hat. Und sie hat es damit abgetan, dass sie dann gesagt hat, du spinnst ja auf zu lügen. Wenke Glomp beginnt zu schweigen, mehr als 20 Jahre lang. Doch das will sie jetzt nicht mehr. Sie will uns das frühere Heim, heute ein Hotel, zeigen. Ich steige aus, ich bin mutig. Nicht weit entfernt wohnt die ehemalige Heimleiterin. Ich weiß ja auch nicht, wie sie hier reagieren würde, wenn sie mich jetzt sehen würde. Keine Ahnung. Das, was Wenke Glomp erzählt, nennt die Heimleiterin noch immer eine Lüge. Ein Interview möchte sie nicht geben. Bis zur Rente hat sie mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Hier glauben sie Wenke Glomp. In diesen Akten ist festgehalten, wie sie von dem Missbrauch berichtete. Bei den Mitarbeitern der Anlaufstelle für ehemalige DDR-Heimkinder liegen hunderte ähnlicher Fälle. Im Vergleich zur normalen Bevölkerung ist das auffallend, wie häufig sexueller Missbrauch in den verschiedensten Ausprägungen hier bei den Heimkindern berichtet wird. Also wir haben das in den Erzählungen häufig, in den Beratungsgesprächen, dass sie sagen, sie haben sich dann einem Lehrer anvertraut oder sie haben sich an die Heimleitung gewandt. In den meisten Fällen von diesen Erzählungen aber ist es so, dass es überhaupt keine Konsequenzen hatte. Die Täter bleiben unbehelligt. Sie machen einfach weiter dort, wo sie leben und arbeiten. Anne Drescher weiß, wie schwierig Ermittlungsverfahren in solchen Fällen sind. Sie erstattet in Absprache mit Wenke Glomp trotzdem Anzeige gegen Gerd M. und die Heimleiterin. Die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. Zuerst lässt sie Wenke Glomp und andere Mädchen aus dem Heim verhören. Oftmals ist es schwierig, wenn Sexualstraftaten schon so lange Zeit zurücklegen, diese Sachverhalte aufzuklären, weil eine Vermischung der Ereignisse stattgefunden hat und Zeugen über sehr wenig Erinnerungen eigentlich verfügen. In diesem Fall war es anders. Wir haben von den Zeugen sehr klare, in sich schlüssige und vor allen Dingen detailreiche Aussagen bekommen. Und diese Aussagen haben aus Sicht der Staatsanwaltschaft keinen Anlass dazu gegeben, diesen Frauen kein Glauben zu schenken. Die Ermittler können Gerd M. identifizieren und finden. Er wohnt in Berlin. Und noch eine Information erhalten sie. Er ist vorbestraft, wegen Missbrauch. Doch dann stirbt Gerd M. mitten in den Ermittlungen. Bleibt die Heimleiterin. Auch sie wird vernommen. Sie leugnet nicht, dass Gerd M. die Mädchen abgeholt hat. Doch das Ergebnis der aufwendigen Ermittlungen ist ernüchternd. Aus juristischer Sicht ist die Tat verjährt. Und mehr noch, manche Dinge, die Gerd M. den Mädchen angetan hat, waren damals nicht mal strafbar. Selbst wenn Gerd M. noch leben würde. Für die Staatsanwaltschaft spielt auch keine Rolle, dass die Heimleiterin noch lebt und jahrelang weiter mit Kindern gearbeitet hat. Ob die Heimleiterin tatsächlich Kenntnis von diesen sexuellen Übergriffen gehabt hat, beziehungsweise wann sie möglicherweise Kenntnis davon bekommen hat, das ist im Rahmen der Ermittlungen offen geblieben. Die Heimleiterin hat eine Kenntnis von sexuellen Übergriffen vehement in Abrede genommen. Und haben Sie ihr geglaubt? Diese Frage hat die Staatsanwaltschaft nicht mehr zu beantworten. Das hängt damit zusammen, dass die Straftaten verjährt sind. Die Verjährungsfristen wurden inzwischen deutlich verlängert. Aber das kommt zu spät für Männer und Frauen wie Wenke Glomp, die Anfang der 90er Jahre Opfer sexueller Gewalt wurden. Sie wünscht sich trotzdem irgendeine Form der Vergeltung. Rache nicht. Bloß wäre schön gewesen, wenn es halt nicht verjährt ist. Das hat aber nichts mit Rache zu tun, sondern ich finde, es hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Diesen Kampf um Gerechtigkeit muss sie anders führen. Auch deshalb erzählt sie ihre Geschichte vor der Kamera. Was bringt das? Ich denke, für den inneren Frieden, für sich selber auch, um damit abzuschließen. Und um auch den anderen Mädchen aus dem Heim jetzt, denen das Widerfahren ist, zu zeigen, wir haben die Geschichte nicht vergessen, was uns widerfahren ist im Heim. Und ich finde, vielleicht sollte man uns auch nicht vergessen. Glockenläuten szene